Wenn du ein Unternehmen verkaufen willst, dann hast du eine ganze Menge Aufgaben vor dir, Chancen, aber auch Risiken und da macht es möglicherweise Sinn, dass du Hilfe bekommst. Sei es bei der Kaufpreisfindung, Unternehmensbewertung, dabei, dass du in den Verhandlungen dich nicht unter den Tisch verhandeln lässt und vor allen Dingen ist es für dich meistens noch wichtig, dass im Prozess der Käufersuche das ganze Vorhaben auch erstmal anonym bleibt, dass du nicht nach außen auftrittst und sagst zu deinem Kunden, Mitarbeitern, Achtung, ich verkaufe. Daher kann es hilfreich für dich sein, wenn dich ein Team von Beratern und Profis dabei unterstützt, diesen Prozess der Käufersuche zu beginnen, durchzuführen und erfolgreich abzuschließen und das zu einem möglichst hohen Verkaufspreis. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung, sondern ich bin auch ausgebildeter Fachberater für Unternehmensgründung und daher begleiten wir sowohl auf der Käufersuche, also wenn jemand ein Unternehmen verkaufen will, als auch bei der Betriebsübernahme, bei der Nachfolgeberatung Unternehmen. Daher wissen wir auch ganz genau, wie der Prozess abläuft und welche Herausforderungen, welche Chancen es gibt. Die wichtigste Aufgabe ist natürlich herauszuführen, welchen Wert hat dein Unternehmen heute, also eine Unternehmensbewertung mit den verschiedenen Bewertungsmodellen durchzuführen, die auch dann dann von dem Käufer anerkannt werden oder von den dahinterstehenden Banken und Finanzierungsinstituten. Aus dieser Bewertung resultiert dann auch der Kaufpreis oder die Kauffläche besser gesagt die Grundlage für die späteren Verhandlungen, die dann durchgeführt werden. Der dritte wichtige Punkt ist dein Unternehmen auch übergabefähig zu machen. Sprich also alle Unterlagen, man spricht hier vom Notfallkoffer, alle Zugänge, alle Passwörter, alle Verträge, alle Vereinbarungen, alle Bewertungen, alle Jahresabschlüsse, alle Polisen, alles zusammenzutragen, dass du überhaupt, wenn du einen Käufer gefunden hast, der alles einsehen kann und prüfen, das nennt man Due Diligence und dass er später, wenn er das Unternehmen übernommen hat, das auch weiterführen kann. Bei dieser Überprüfung, bei dieser Herstellung der Übergabefähigkeit achten wir natürlich auch darauf, dass der Kaufpreis erhöht wird, denn wenn du üblicherweise Investitionen hast oder Anstellungsverhältnisse aufgebaut hast oder andere komplexe Strukturen etabliert hast, die deinen Gewinn reduzieren, um Steuern zu sparen, nun dann wird diese Gewinnreduktion von dir zum Nachteil, weil der Kaufpreis anhand der Bewertung auch definiert wird durch dein Gewinn. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, dass du in zwei, drei, vier Jahren verkaufen willst, dann heißt es, heute anzufangen, deinen Kaufpreis zu erhöhen, indem die Bewertung erhöht wird und die Bewertung wird dadurch erhöht, indem du heute mehr Gewinne machst und das bedeutet, Kosten zu senken und zu gucken, welche weiteren Erträge du erzielen kannst. Wenn diese Dinge abgeschlossen sind, die Bewertung, die Unternehmensoptimierung, dann geht es schließlich auch los in die Käufersuche. Sprich, es wird eine Longlist erzeugt, die stetig erweitert wird und aus dieser Longlist der Kandidaten, Interessenten, wird eine Shortlist gemacht, wo dann Interviews durchgeführt werden, um dann die Top-Kandidaten rauszufinden. Wenn dann durch Due Diligence und über Datenraumüberprüfung aller Unterlagen dann die entsprechenden Verträge fertig sind, die Zahlungsmodalitäten geklärt sind und auch gezahlt worden ist, dann kommt da schließlich der Deal zustande. Und auch dieser Deal, da gibt es auch nicht den einen Zeitpunkt nur, wo es einen Risikoübergang gibt, sondern da gibt es in der Regel auch einen Zeitraum der Übergabe, wo dann der neue Käufer des Unternehmens auch eingeführt wird, vorgestellt wird, sprich also begleitet wird bei der Übergabe des Unternehmens. Der fünfte Punkt schließlich ist, dass das Ganze möglichst anonym läuft, denn du möchtest weder, dass deine Kunden weglaufen, noch dass deine Kunden von den Mitbewerbern attraktiert werden oder deine Mitarbeiter letztendlich das Schiff verlassen. Entscheidend ist also, dass möglichst lange in diesem Prozess niemand davon weiß, was deine Absicht ist, damit sich nicht durch irgendwelche Unannehmlichkeiten oder Veränderungen deiner Kundenstruktur oder Mitarbeiterstruktur letztlich der Unternehmenswert sinkt. Wichtig ist, dass das gesamte Team an Bord bleibt, auch eine Leiter, ein Geschäftsführer an Bord bleibt und dass du ein übergabefähiges Unternehmen hast, vielleicht sogar eine Kapitalgesellschaft geschaffen hast, wo du dann nur einen Share-Deal machst, also für den Kunden nach außen und sich nichts ändert. Wenn du bei der Vorbereitung, der Optimierung, bei der Herstellung der Übergabefähigkeit, der Maximierung des Kaufpreises oder schließlich bei der Käufersuche Unterstützung wünschst, so dass du anonym im Hintergrund bleiben kannst und wir auf die Käufersuche gehen, die Käufer qualifizieren und dann nur noch die Top-Kandidaten kennenlernst, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir haben über 40 Berater, auch Rechtsanwälte und Steuerberater an Bord, die dann auch die Fachfragen als Experte klären können. Wir haben auch ein Team, die speziell darauf ausgerichtet sind, auch die Käufersuche durchzuführen und wir machen selbstverständlich auch die Unternehmensbewertung. Gerne kannst du hierzu einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir arbeiten bundesweit, da wir digital aufgestellt sind und auch viele Berater haben. Gerne aber kannst du jetzt einfach das Video mit Daumen hoch liken, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen und ich wünsche dir viel Erfolg und einen möglichst hohen Kaufpreis beim Verkauf deines Unternehmens. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.